hallo und moin moin wir müssen moment wir müssen da lang kommen ich bin ich trotzdem noch mal ich muss hier weg ich muss hier weg ich sterbe das geht immer nicht mit dem sind ich glaube das ist genau die nein hast bin ich verloren ich hab dich verloren da hast du war und noch eine aber seine wo wir haben sie gebraten oh schwarzschutzgewehr schweißerbrille was sind die anderen hinger und das war noch drei nein ein wirklich ganz leise nix gewesen was eigentlich kurz war es kommt machen dass wir weg kommen hier bist du da los wir müssen da lang da oder da oh hier sind die ganzen viecher nein was ist das mit diesem oaken hier ohohohohoho den habe ich nicht gesehen ich glaube das nicht ok jetzt müssen wir den jetzt noch einmal wir gehen jetzt den anderen weg oh ich bin auch gar nicht ausgelenkt jetzt wird hier mal ausgeräumt wir haben sowas vieles auch gar nicht mehr da Irgendwas sauberes war das. Ich höre schon ein bisschen. Okay. Komm, weiter. Ich habe ja schon Boston coming. Ja, das ist Park Street. Oh, das ist schon gut, dass wir die haben. Oh, Matt. Ich muss erst bei ihr. Hey! Wer ist das? Okay, was soll der Scheiß? Wer ist da? Oh, genau. Oh, shit. Oh. Und ich will zur Burg? Gibt es auch gar nicht. Au. Soll ich dich jetzt mit dem blöden Ding? Oh, wenn er das sagt, ist immer gut. Ich verbrate meine ganzen Scheiß-Dinger hier. Doch. Warum sind die so schwer, Mensch? Bewege dich. Brauchst dich nicht verstecken. Ist bald alles vorbei. Ja, die Folge ist für wen? Jetzt wird der Haus. Ja, wahrscheinlich für mich. Äh. Ich muss dich mal aufpeppen. Warte mal. Hier ist so ein bisschen weg. Sehr schön. Versteck mich doch gar nicht. Guck mal, jetzt bin ich. Jetzt habe ich mich versteckt. Siehst du? Hier drüben! Ach, geschafft, geschafft. Wir haben es geschafft. Noch einer? Ist doch cool. Aber wir lassen das Rest jetzt mal liegen hier. Wir nehmen nur die Stimis da auf jeden Fall mit. Oh, da ist doch eine schwere Kampfflinte. Wollen wir mal gucken, wo der Unterschied ist. Oh, da ist doch eine schwere Kampfflinte. Ja, ich muss an meiner Grafikeinstellung nochmal pfeilen. Das ist immer noch nicht perfekt. Ich habe das jetzt, äh. Ja, ich glaube, wir sind gleich im Weg zurück, ne? Oder? Ja, ja. Sieht so aus. Oder wir können hier runter. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, ne? Ne, dann stürzen wir uns zu Tode. Das nützt uns nichts. Was war denn das? Irgendeine Waffe. Aber was für eine. Ach, hier ist sie da. Nehmen wir sie mit. Oh, jetzt bist du da lang, oder? Ich komme aber gar nicht raus. Was ist das denn für eine doofe Ausgang? Hm, wir müssen den Weg wieder zurück. Gott, was bist du, Ka? Oh, haben wir schon. Oh, da. Oh, Jet. Wir sollten ruhig ein bisschen Jet einsetzen. Tjo. Okay, ja, Buttercup. Jetzt sind wir den blöden Kornkocken. Und auch einen Hund. Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Oh, fröhlich schon tot war. Ö-Bruck kann er behalten. Ah, warte mal. Die müssen wir mal ein bisschen ärgern da oben. Aber hier? Water Street Apartments. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ach, die sind da oben. Ich hau ja schon ab. Ach. Ich bin tot, ich bin tot. Ist das ein Kampf hier? Oh, ich hab den ganzen Tag Zeit. Ja, ich auch. Ich bin blind. Du musstest unbedingt den Helden spieren. Was? Ich dich finde, dich umbringen. Warum wir doll nicht mit dem Helden spieren? Was? 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 Wer Verfickene Feiglinge verstecken sich. Früher oder später, du musst rauskommen. Du da sein, du da sein, nicht verstecken. Habt Kampf gewollt. Ich fange erst an. Ich höre ein Zeug, das gar nicht, was? Wer da sein? Hey! Komm schon! Da bleibt der Beum! Wirklich? Mehr habt ihr nicht los! Du versteckst dich hier irgendwo. Ah ja, Gott, was stellt sich da irgendwo hin? Oh Gott, ich hab die Sicht immer wieder vor. Bist wieder in Ordnung? Komm, wir versuchen mal hier durchzukommen. Hoppa! Oh, das war ein Klapp. W power to got to do! Hahaha, du brauchst das doch nicht im Boden zu verstecken! Kopf in den Sand, ey! Meine Güte! Puh! Ich bin auch manchmal rabiat! ob wir noch mal irgendwie ankommen da wo wir wollen was ist das da oben kann man denn da rein was ist denn das hier ob hier Räder sind komm wir versuchen mal etwas höher zu kommen was ist denn das das ist einfach nur das war mal oder kein bett und nix schade 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 so ist nichts hier komm wir gehen wieder raus Helm haben wir noch das war es schon komm das Bildschild haben die vergessen auszumachen so ja wo müssen wir eigentlich ich hoffe wir müssen da müssen wir ach Mensch gibt's doch gar nicht ich hab doch gar nicht sie mal ich hab nur geguckt okay wir müssen hier weg komm schnell egal wohin aber wir müssen hier weg ich dachte das ist Gott was steht denn da hinter mir hau zu ich muss weg ich muss weg oh nein nicht schon wieder nicht schon wieder komm weg ich muss vorsichtig sein du bist sowas von tot oh nein oh nein ich schmeiß nimmer ich schmeiß nimmer ich schmeiß nimmer oh ich muss das irgendwie ändern nein nicht schon wieder ich glaube wir rennen da durch komm wir müssen hier durch los wir rennen hier durch was zum teufel war das musst du Luft schnappen warte du bist sowas von tot du bist sowas von tot du bist sowas von tot muss retten die schmeiß nimmer die scheiß waffe wieder leer das kann doch nicht mal sein komm wir müssen trotzdem da lang das kann doch nicht das kann doch nicht das kann doch nicht jetzt gehörst mir mal oh 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 lauf 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 oh wir laufen heute mal woanders lang heh Agriculture oh die speichere ich aber mal weil doch warum werde ich odor da würde ich nicht sterbe dann hesitant forestal ich bin irgendwo lang gelaufen heute jetzt der kotwurst hinterlassen diese waffen ich glaube dass ich werde ständig von den gleichen ort beschädigt oder was kann ich nicht laufen was ist denn los kleine schlampe kommt der jetzt gleich durch wir quatschen jetzt hier noch wieder rum mein hobby ist auch nicht aufzufinden das ist dieses ding doch ich glaub das nicht jetzt gibt es aber mit der kelle das sag ich euch aber die schnauze voll mit euch ich hab dich mal getroffen was ist denn das für ein blödes fachs nein ich glaub sie ich hab wieder einen komm wir hauen ab ein dringelig oh es ist schwierig durch die stadt ohne rüstung wieder jemand ein dringelig ein bisschen alter wird was ein bisschen alter wird was Oh, nee, da will ich nicht. Was ist denn das für Gebäude? Mal kurz gucken. Fenchel-Hall. Das sieht ja Fenchel-Hall aus, ne? Nee, wir haben einfach nicht genug Munition für sowas. Das ist schon gar nicht Raketenwerfer-Munition. Oh, nicht schon wieder. Nein, hier ist niemand. Das war auch eine echt schwierige Gegend hier, ne? Den lassen wir mal in Ruhe. Wir verpissen uns hier. Ich wollte dich nicht erschießen, ich nehme dich aber trotzdem mit. Wo ist der andere? Ich habe zwei gesehen, das weiß ich. Ah, hinten steht er. Was ist das für Gebäude? Im Moment haben wir das schon, nö, ne? Wir haben hier ja noch gar nichts. Ist ja das Verrückte. Wir sind ja noch mal nicht so weit vorgetrunken. Eigentlich sind wir auch lebensmüde, ne? Jetzt hier schon so weit vorzugehen. Da will ich nicht. Ich weiß, dass da Viecher sind. Und da liegen Tote. Fusionszellen haben wir noch ein paar. Das ist gut. Oh, es speichert schnell. Hier kommt nach allerhand Vorkommen. Oh, jetzt bin ich da. Ich bin dieses Mal nicht. Es ist aber schon gestorben. Ach nee, das ist das Ding. Nichts. Oh, eine Maschinenpistole. Nützt uns nichts. Wir haben keine Munition dafür. Schrankhaus Schemrock. Da war doch noch jemand, oder nicht? War da nicht noch jemand? Oh. 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 Ah, hier. Oh. Danke. Steck nicht. Oh. Komm. Ah! Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin schon wieder vor der Falle. Das kann ich nicht mehr. Wo sind wir denn jetzt? Legen wir los. Hallo. Lust auf eine kleine Kleine rein. Oh. 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 Ich weiß, wo wir sind. Ich wusste ein Roboter. Was knabbert denn hier? Danke. Danke Gott. Irgendwas hat an mir rumgeknabbert. Oh, 35. 35. Das sagt mir doch mal. Hä? Da. Da. Wo ist das Ding jetzt? Das ist Fenjul. Ich bin nicht auf Fenjul. Wir haben doch. Wir haben doch eben. Wir haben doch eben 35. Court gehabt. Oh. Oh! Wo schleichen die das hier also rum? Wieso haben wir jetzt hier plötzlich den 35. Kork nicht mehr? Mensch, was ist das hier? Eine Jauche! Ne, da können wir nicht hin, komm! Oh, da kann man ja nur weg, sich verkriechen! Ich bin schon wieder schwer beschädigt! Das hier ist genau mein Ding! Die haben sich verzogen, was? Was ist hier das dumme? Ich schau jetzt mal da drüben! Ja, kostenlos! Sechs Schuss ist ja lächerlich bei einer Laserwaffe! Boah, du bist jedes Mal Neuland! Hier steht auch Open! Wo ist die Waffe? Moment! Da! Da! Erledigt? Erledigt? Nö, nicht erledigt! Wo ist sie denn? Oh! Oh! Was jetzt? Oh! Ich schleppe mir zu viel mitbekommen, wenn wir die Stimpeck haben! Oh! Die Munition! Oh! Warte mal! Aufgeregt! Das ist eine aufgeregte Laserwaffe! Postal Square! Wo die Moku ist! Ne, Moku? Oh! Oh! Einmal Moku begrüßen! Hier ist irgendwo eine Lampe, aber wo? Oh! Joe's Bookies! Okay! Geil! Wir müssen da lang kommen! Wieso stehen die immer plötzlich vor dir? Wieso stehen die immer plötzlich vor dir? Warte endlich die Waffe! Das ist doch schrecklich, oder? Moment! Späuchern! Ja, was ist denn? Ich muss da nicht vor dir haben! Und da ist da der Monit! Aber jetzt ist dein Leben auch zu gut verstanden! Ich kümmere dich um die mal blöden Viecher. War nix, nix. War nix. Boah, da hab ich auch was eingelassen hier. War es noch irgendwas, oder? Polizieren, sehr schön. Ist das hier noch? Ja, sehr gut. Nein, wo hast du eigentlich schon wieder gesteckt? Gefährliche Dinge muss immer ich machen. Ah, ja. Hilf mir doch endlich mal, du blöde Backe! Hilfe, der frisst mich da auf! Die Juck, hat sie ihn erwischt? Nein! Nein, hilf mir lieber! Moment! Oh, ich verbratte echt voll meine Gepäcks, ne? Nein, Absalon! Mach ich nicht! Das ist doch nie passiert! Hey, das glaube ich dir. Du hast ja auch eine Weile noch gelebt, ne? Schlafschutzgewehr, was hast du denn da? Kopfrüstung, hast du? Sind die gut? Oh, die haben ja doch mehr als ich dachte. Aber die sind auch gar nicht so schwer. Moment, ich muss gucken. Sollten wir die vielleicht mal tauschen? Ja! Oh, ja. Das machen wir. Wir nehmen das, den Hanisch, den Helm, das linke Bein, das, äh, am rechten, den und den. Oder kannst du... Ne, Moment, ich bin doch nicht noch mitten im Kampf. Hast du noch mehr? Nö. Meine Target-Karte. Plastik-Silber-Scheid-Karte. Ja, gut. Da ist nichts. Kann ich noch höher? Ich weiß nicht, wo mein Konto ausgeblieben ist. Guck! Kann ich hier hoch oder so? Ne, scheint... Okay, ich versuche mal zu schlafen. Ja, das geht. Vielleicht noch zwei, drei, sechs Stunden. Ja, das scheint zu laufen. So, ich hoffe, ich bin jetzt... Ah, es ist helllichter Tag. Ja, wunderbar. Und mir geht's auch gut. Jetzt muss ich nur mal gucken, wo Kottwurst ist. Der eiert hier irgendwo rum, der Kottwurst. Ich weiß aber nicht, wo. Meine Fresse, da gibt's ja noch mehr von der Sorte. Puh. Wo ist denn mein Kottwurst abgeblieben? Ich hab den verloren. Ich hab den echt verloren. Hey, was ist los? Hey, was ist los? Au! Meine Güte sind die... Schwierig zu töten. Boah, jetzt habe ich sie. Und jetzt ist da hoffentlich der... Oh! Puh. 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 Ich hab gedacht. Wenn ich fertig bin mit der Arbeit, dann wacht er wieder auf. Shamrock haben wir da. Shamrock. Äh, ich weiß überhaupt nicht mehr, wo ich bin. Ich glaube, ich speichere nochmal schnell. Gefahr scheint ja vorbei zu sein. Aber das sieht nicht mehr gut aus, ne? Und die Sonne haben wir ja noch. Aber... Wie wollen wir denn damit... Ah, ne. Wie wollen wir denn damit, äh... Ach, ich muss mal die Klamotten schnell wechseln. Mal gucken, ob das besser ist. Also, das, das, den dazu. Was ist mit meinem blauen Dings? Hab ich noch an. Und wenn wir die nehmen... Das wär vielleicht gar nicht so verkehrt, ne? Den Hanisch, der hat zwar 15,15. Und der hat nur 5,12. Aber er hilft uns, wenn wir gefährdet sind. Das machen wir. So. Linker Arm, rechter Arm. Sind, äh... Hellen. Ja, es ist natürlich sogar leichter, ne? Dann schmeißen wir den Kram. Ne, brauchen wir gar nicht wegschmeißen. Können wir noch behalten erstmal. Ups, nein. Ich wollte eigentlich hier nochmal gucken. Jetzt bitte, wir müssen mal was essen, würde ich sagen. Moment. 1,2 Wasser. Ein Rahmen davon. Ähm... Kram. Ich sollte vielleicht doch mal Buffer oder... Äh... Ne, Buff Shad. Moment, das machen wir. Buff Shad. Das ist nur Shad. Grad X brauchen wir nicht. Grad X brauchen wir nicht. Wir könnten aber Buff Shads. Also im Moment brauchen wir es nicht so oft. Oder... Doch, doch. Ist besser. Und dann machen wir... Shad haben wir Darlin. Ist das jetzt? Jawoll. Und... 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 Den legen wir nach unten. So... Boah. Das war ja heftig. Wir haben doch beide ganze Beide, die Stadt erkundet, ne? Äh... Good Neighbor. Posted Square. Schankars Shamrock. Und... Das Mars Fusion. Ich habe Lust... Äh... Nochmal in die Stadt zu laufen. Wir haben diesen einen schönen Ort gefunden. Ich weiß ja, dass da was ist. Ob wir das schaffen, weiß ich nicht. Da hatte ich schon... Ja. Komm, wir versuchen unser Glück nochmal. Entweder war das jetzt hier lang, oder hier lang. Da ist es doch schon. Ich glaub, wir riskiert's. Was zum Teufel war das? 10. Was ist schon gesetzt? Wir gehen da jetzt rein. Ich weiß, was es da oben zu holen gibt, und ich weiß nicht, ob wir's schaffen. Aber wenn wir das hinkriegen... Wir machen einen kurzen Prozess, ja? Und haben wir noch Spaß? Das reicht ja wohl. Moment. Wenn man das gebraucht. Ah, diese verdammten Waffen, die immer leer sind. Aber was hat hier das... Klicken hat das ausgelöst. Irgendwann klicken. Ich finde das nicht. Ach, da unten. Da muss man erstmal hingucken. Das sieht man ja gar nicht. Oh, das kriegen wir auch. Vielleicht muss man ein paar Haarklammern. Cool. Super. Positionen, vor allen Dingen. Ja, nimm mal auch mit. Wie viel hatte ich? Wie viel haben wir da? Ja, 351. So, was haben wir denn da? Und da ist auch noch was. So. Den Code kann ich nicht knacken. Kannst du den knacken? Ich glaube, das lassen wir über die Weile. Komm, wir gehen hoch. Ähm, ne, Moment. Hier ist ein Fahrstuhl gewesen. Ich muss das versuchen jetzt. Kommst du da oder nicht? So, wir werden mal den Raketenwerfer in die Hand nehmen. Ne, erstmal werden wir... Haben wir denn keine Minen? Minen wären gut. Minen haben wir nicht. Äh, wir haben keine Minen. Ne, wir haben keine Minen. Schade. Das wird nicht gut gehen. Ne, ne, das geht nicht gut. So. So, wie viel haben wir denn noch? 14 Stück. Warum zeigt der mir 0? Achso, ist die Zahl 0. Gut, das könnten wir... Mit ein bisschen Glück könnten wir es schaffen. Das ist sowas für blöd, dass ich da nicht drauf geachtet habe. Dass der so wenig Schuss hat. So. Gefahrenanalyse gelten. Die sind schon draußen. Wieso sind die draußen? Geh weg, geh weg! Okay. Ah, das geht nicht. Boah, der zerlegt dich ja nicht weg. Okay. Oh, abgebucht. Lauter Aufregung. Das wär's. Hier ist aber auch nix zu holen. Nix, was uns helfen könnte. Nö. Das ist gefährlich. Die waren noch nie draußen. Oh, ich hab keine Raketen mehr. Wieso ich den... Nee, das schaffen wir nicht. Das schaffen wir's doch nicht. Okay. Nein! Schweiß die Dinger hoch! Los, die letzten... Oh, was soll denn das? Wir haben alles verschossen, was wir hatten. Äh... Moment, ich muss in die andere Richtung. Impulsgranate hab ich hier. Ha! Ob die was bringt, weiß ich nicht. Aber... Die legen wir mal ab. Auf... Äh... Wieso hab ich eigentlich keine Granaten eingesetzt? Ich hab doch später Granaten. Ach, da waren die Molotovs alle. Ach, da waren die Molotovs alle. Okay, das ist jetzt... Splittergranate. Dann nehm ich einmal die in die Hand. Ich weiß nicht, ob ich da durchwerfen kann. Das ist das Problem. Das ist das Problem. Guck mal, ob wir das schaffen. Das muss doch zu schaffen sein. Moment, meine anderen Granaten... Ne, die muss ich nur aktivieren. Scheiße, der ist nicht da durchgeflogen. Aber ich will da hin. Das ist aber ordentlich sein, den ich zu treffen. Das hier nicht runterkönnen, ne? Aber er ist schon gut beschädigt. Können Sie hier mit einem SWH-2? Wenn Sie hier nicht gehen, einen Schlag oder einen Schlag? Ich muss hier gerade ein guter Zeug. Da ist es zinnsubliebt. Ganz schön, dass sie sich für einen Schlag und ein Schlag oder eine Schraube�를 aufmachen. Das ist das! bei got out hier ist ja die bände haben aber noch das ist ja nicht Oh, die haben wir beide. Wir haben ihn beide. Ah, die haben wir beide. Ja, wir haben ihn. Cool. Der fliegt uns sogar entgegen. Jetzt kannst du... Jetzt haben wir... Was ist mit dem anderen, der da noch ist? Da ist aber noch einer. Das ist das Problem. Wo stückt der? Ja. Die Tür ist ja zu. Wieso waren die denn draus? Zeigen Sie sich. Ja. 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 Scheiße! Scheiße! Alright, wir gehenen und ein bisschen alles aufsch록. Gut. A here. Ah, wir haben's geschafft! Wir haben's geschafft! das sollte ich haben seht ihr das ist so eine t51 glaube ich wir sind einfach so früh hier drin aber ich muss doch mal gucken irgendwas stimmt noch nicht die sind aber falsch ständig fusionskern ist okay hier habe ich hier ein tastenproblem warum können gehen wir nicht richtig okay nicht laufen machen wir nur was ist denn jetzt halt doch mal die klappe dahinten du nervst so ich hatte es noch mal nein was soll denn das jetzt wieder mit dem einloggen ja wir haben rausgefunden ich war über übergewichtig raus 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 ich war übergewicht das ist eine 14 die wir haben keine xl 1 steht uns wohl noch nicht zu ja was haben wir jetzt erobert wir haben eine kleidung was ist denn wir haben auch kampf rüstung und da können wir echt voll die dicke kleidung hier an jetzt das muss da warm sein jetzt können wir wirklich dahin gehen doch kommen wir gehen jetzt direkt wo ist es wo muss wir lang da